Willkommen zurück zu Hero Siege mit dem Schamanen. Wir spielen auf Agony, Akt Nummer 6. Betreten wir jetzt. Akt 5 haben wir hinter uns gelassen beim letzten Mal. Schön mit den Wölfern unterwegs. So, direkt in den Shop, das ist ja schon mal nice. Trecks Goblin, alles klar, danke. Ich lasse die Wölfe erstmal so den größten Teil machen. Hier wäre es meine Shop. Schauen wir nach dem Relikt, was hier auftaucht. Aktivierbar. So, rufen jetzt alle Waves. Alle Wölfe. Beziehungsweise die 2, die wir haben können. Eine Quest, die ist aber recht uninteressant. Und die Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Dann lohnt sich das nicht unbedingt. Crystal-Tool kann interessant sein, ist sie aber nicht. Wir machen anscheinend sehr gut Schaden. Aktuell. Da kommt auch schon der Boss. Der ist aber auch schon down. 13 Millionen Leben, kein Problem. So, den Gegenteil können wir mitnehmen. So, den Gegenteil können wir mitnehmen. Wobei die nicht so gut sind. Ich brauche eher mystische Gegenstände. Ich glaube, wir können uns sehr gut hier positionieren. Fast. Einige der Gegner sind halt dumm. Ich habe vergessen, alle Waves zu rufen. Sehr gut. Das tat mir ein bisschen weh. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, dass er Akten kriegt. Somit gehen die nicht automatisch auf uns. Das ist ein bisschen unpraktisch, weil ja der Schamane eine Fähigkeit hat, in alle vier Richtungen zu schießen. Also oben, unten, links, rechts. Und das wäre eigentlich eine ideale Map dafür. Das Problem ist, wenn wir unseren, ähm, unseren Zombie-Freund fokussen, dann laufen die natürlich nicht den Hauptweg entlang auf uns, auch wenn wir in der Mitte stehen. Sondern die laufen dann random irgendwo hin, die Gegner. Und das macht die Sache natürlich für uns ein bisschen dümmer. Aber ist nicht so schlimm. So, da geht er down. Oh, müßiges Monster. Nehmen wir natürlich mit. Die Quest. Wo altes Monster tun? Nicht müßig. Da sind immer zwei Legendaries oder vielleicht auch mal ein müßchen Gegenstand raus. Mal noch einen Shop, den habe ich jetzt übersehen. Map Nummer 3. Gut, den kann ich mal hier entstellen. Hier noch einen Shop. Oh, schade. Welcher werden wir jetzt auch, ähm, ignorieren. Wir reflektieren immer noch unser Todfeind. So, mega nice. Und der geht auch down. So, die besten Lappen kannst du spiel. Das Team Train. Da ist der 145 schon. Na, der cool, dann braucht ein bisschen länger, obwohl es könnte klappen. Klappt auf. Ja, dass nicht so viele Items droppen. So Ausrüstungsgegenstände. Dann noch mal ein paar mehr irgendwie müßig gebrauchen. Die Quest, die können wir aber auch ignorieren. Oh, danke. Den müßigen Gegenstand. Da oben ist noch einer. Sehr geil. Helm diesmal. So, der letzte normale Boss. Danach kommt der Akk-Boss. Das ging, äh, sehr schnell ein bisschen. Ähm, tote mal hier hin. Und er ist auch down. Und raus. Das war mega schnell. Meine Wolfe, die füllen auf die Flasche meiner Feuzen. Sehr nice. Ansonsten hat es viele müßige Gegenstände. Die halt erst ab Level 150 sind. Ja, oh shit. Okay, müssen wir noch mal durchgehen, wenn wir Level 150 sind. Ähm, das war Akk Nummer 6. Schwierigkeitsgrad Agonie. Beim nächsten Mal gibt es Akk Nummer 7. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.